So, ich bin hier am Baldenei See. Riesiger See mit vielen Schwänen und hier soll ein Schwan sein mit Angelschnur und jetzt kommen hier gerade zwei auf mich zu und ich glaube der eine von beiden ist es. Oh ja, da ist eindeutig was am Schwan. Ich bereue schon wieder, dass ich meinen Trockenanzug noch nicht anhabe. Ich glaube ich muss gleich hier so ins Wasser springen. Ei, 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 da hängt ordentlich was dran. Scheiße. Oh ja. Upsi. Komm her. Hier. Ich hab dich. Hier. Ah. Hier. Ah. Ich hab dich. Ah. Ich hab dich. Ui. Ich hab dich. Der hat eine Angelschnur im Schnabel. Ich kann grad nicht reden. Sorry. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Zeig mal her, zeig mal her. Okay. Ach der hat eine Angelschnur. Okay. Das ist wirklich nur um die Zunge. Da hängt ein ganzer Stock dran. Das ist zum Kotzen. So. Pass auf. Ganz kurz. Einmal. So. Das war's auch schon. So. Das hier ist der Dreck. So. Jetzt gucken wir noch mal kurz. Leichte Schwellung auf der Zunge. Das ist aber nicht so schlimm. Das bildet sich zurück. Wär jetzt kein Grund dich irgendwie mitzunehmen. Gucken wir noch mal deinen Körper an. Ja. Ja. Hey. Nicht beißen. Bitte nicht beißen. Ja. Dann beiß. Dann beiß mich. So. Ich muss noch mal deinen Körper abtasten. Da geht kein Weg dran vorbei. Mach's mal los. Mach's mal los. Jetzt machen wir dich einmal kurz blind. Dann guck ich mir noch mal deinen Körper an. So. Achtung. Ups. So. Also. Hier ist nichts. Okay. Hier ist auch nichts. Gut. Bitte hier. Ne. Das ist eine Feder. Federkiel nur. Achtung. Alles gut. Katzen wieder raus. Oh. Hohohoho. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Hier hängt ja auch noch andere Schnur dran. Auf guck mal her. das machen wir auch noch eben ab und dann war es das ja ja man ein bein raus hatte doch mal so jetzt gucken wir noch mal ring nummer 121 167 vogelwart helgoland so das war es ich rein weiß nicht will die doch abziehen hallo ist ja gut man und besser so ist der hahn von den beiden also das männliche tier weibchen ist da ja schönen gruß noch an den angler der das zu verantworten hat die schnur ist wieder ab ich nehme dein müll jetzt mit vorsicht wieder alle angler angesprochen fühlen es geht nur an diesen einen nimm deinen scheißdreck mit dann passiert sowas auch nicht da sind vor dir wenigstens die wasservögel sicher danke